Hi, my name is Robert and I'm a professional German voiceover and voice actor. And if you need a voice for your next audiobook, sounding like this. Kapitel 1.4 Aufmerksamkeit steuern und mental fit sein. Or a voice for your next e-learning, sounding like this. Herzlich willkommen bei Lidl. Du bist nun ein Teil unseres Teams. Du musst schon gespannt sein, was dich während deiner Einarbeitung bei Lidl erwartet. Or simply a great voice for a reasonable price for any kind of project like this. Die Kodak Nexfinity Digitaldruckmaschine ist die vielseitigste Bogen-Digitalfarbdruckmaschine der Welt. Or this. Hi, ich bin Tim. Kennst du das Frühstudium der Uni Halle? Then arm your voice. Contact me now for top quality audio and one-day delivery.